Herzlich Willkommen zu einer weiteren Borderland Runter. Ich bin jetzt dort hingefahren, wo die Mission haben. Was ist das? Zwei von sechs... Was ist das? Was ist das? Ja! Ich wollte alle Schöne machen! Ja. das haben wir jetzt erledigt jetzt brauchen wir noch einen beweis muss man es aufheben oder zerstören nutzen ok die vermisste person andere auge jetzt besorgen da vorne ist auch eine fahrzeugstation perfekt so 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 Oh, verdammt! Lass mich hier raus, lass mich hier raus, lass mich hier raus War aber ganz schön knapp hier Schau, lass mich hier raus Schau, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Oh, 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 oh. doch das ist das denn eine revolver mit explosion waffenkiste das momental ist voll wie immer x weltbewegend was haben wir denn jetzt hier noch zu machen rost kommen naja wir geben die quest ab und haben ja heute mal eine kürzere folge die letzten waren ja immer schon so 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 Hau da, Pfecher. Scheiß Rack! одвиг して今 城市の家でパターンできる Ah, wir können hier die eine Quest vielleicht noch machen. Oh, die Eason ist so weit weg. Müssen wir auf die andere Seite um reinzukommen. Und erwarten bestimmt wieder ein paar von den Bardeen. Ja. Ernsthaft. Wohlverkackt. 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 Ah, die Munition von dem Ding ist bald leer. Warte mal, warte mal. Raver. Wombs können hier in der, da gehen wir jetzt nicht hin. Ah, pfff! Hier gibt es heiße Gewehrwühl, schnapp er eins. Geben die zwei Quests noch ab und... Ja, kann ich was für dich tun? Ich kann sie verkaufen. Das wäre vorerst alles. Wird jetzt zwei fertig? Ach, war ihm hier drinne. Ah, okay. Ah, Stammkunden werden immer gern gesehen. Man muss hier in drei, vier bewundern, aber du musst die Klammer auf den besten Affen mit. Äh... Das, was ich jetzt habe, war 47 Schaden und 6,9. Weg damit. Das Ding kann auch weg. Das will ich behalten. Komm weg damit. Das kann weg. Das kann weg. Schraut. Shotgun mit Strom. Die Shotgun, wo ich habe, 56 ohne Effekt. 38 mit Strom. Nein, komm damit nicht. Zeig dir nichts, was alle Feuerkraft ist. Zeig dir nichts, was alle Feuerkraft ist. Ich merke eine Störung der Motorensteinlein. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin gelähmt. 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 So, jetzt haben wir ja... Fast 250k. Was haben wir hier schönes denn zu kaufen? Die Upgrades, die müsste ich alle haben. Naja. Hier draußen waren die Waffenkammer. Die Upgrades, die müsste ich alle haben. Naja. Der Revolver schießt wohl niemals zählt. 500 Schaden. Wenn wir hier genau, wenn die so prezise schießt, wie sie selbst. Mit Gift 4, aber das wäre halt... ...basuka. A-ha. Revolver mit 110 Schaden. Und ein Revolver mit 117. Sniper mit Blitz? Wir haben Sniper mit Feuer. Eine Giftwaffe. Könnten wir hier die Blitzvariante wieder herunternehmen? Können wir die hier... die hier tauschen? Ah, kacke. Wollen Sie die freien Ziele mit Heißblüfer schießen? Dann hat Planhof gena... Auch das Richtige für Sie! Komm auf der ein bisschen weniger Schaden, scheiße. Meine Brust eines Rückstoßes hat damit Sie im Kampf viel sicher bleiben! Da mit weg, da mit weg... Warte mal... Ich hab ja noch die hier... Da auch ein Revolver. Müsste ich jetzt mal eben testen gehen. Komm, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hab jetzt genug mit Waffen und so weiter rum gespielt. Ich bin wieder im Geld ziemlich runtergegangen durch die Waffen. Aber nur 40k, ja gut. Pfff... Ist aber doch momentan... Okay... 18er Waffe, 24, 14, 12er. Gut, dann ist es mit der heutigen Folge vorbei. Ich bedanke mich für's... Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Du bist demnächst. Auf Wiedersehen.